Hallo und herzlich willkommen, wir machen eine neue Runde mit unserem Magierdeck, ihr seht es ist ein sehr sehr starkes Anfängerdeck, wir haben eigentlich nur eine einzige legendäre Karte drin und der Rest sind alles, ähm, ja, Karten, die ihr recht üblich eigentlich bekommen könnt und, ähm, schauen wir, wir haben eine neue Saison, das heißt wir möchten natürlich wieder aufsteigen und wir bekommen dafür einen Paladin. Okay, das ist natürlich, also Magier ist jetzt sehr schön, man kann immer schön abräumen und bekommt gleich zweimal einen Feuerball, wir lassen die mal noch weg, obwohl, äh, wir lassen sie mal noch weg. Ich möchte, ja, ich möchte sie später haben, aber, ja, sowas, sowas bringt mir jetzt natürlich am Anfang natürlich mehr. So, erste Runde, was spielt er? Er überlegt natürlich wieder der gute Marok, okay, das heißt wir können gleich unseren ersten Mana Wormling rausspielen, er wird wahrscheinlich jetzt einen von seinen Dienern spielen. Nein? Äh, das war das Unnötigste, was, was ich seit langem gesehen habe, aber gut, wir danken sie mal und schauen, was er jetzt macht. Also, das war, wieso setzt der einen, wo es schon eins hat, auf eins? Das bringt gar nicht. Melde mich zum Dienst. Gut, der Nächste, der angreift. Ähm, wir müssen ihm ja eh einen Schaden geben. Das ist ja schön, außer, dass wir jetzt nicht gleich angreifen können, aber, ich mach ihn weg, fach ihn damit auf die 5 hoch und spiel für die Runde 3 jetzt, äh, soll ich gleich einen Yeti spielen? Nein, wir spielen erstmal hier ein. So, weiterkommen. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Es ist Runde 4, das heißt, er könnte, ja gut, aber bringt nichts. Okay. Melde mich zum Dienst. Er spielt einen einzigen. Aber wieso ist jetzt der Wutanfall da durchweg? Okay. Ganz komisch. Habe ich jetzt auch noch nicht oft die Karte gesehen. Aber lassen sie mal drin. Äh, einen müssen wir wegnehmen. Haben wir noch einen Dreier? Naja, möchte ich unsern spielen. Also, gehen wir mal hier in den Angriff. So. Mal schauen, jetzt könnte er eigentlich dann mal, hier, wie heißt die Weihe vom Paladin? Okay. Ist Unnütz eigentlich die Waffe? Und er geht direkt auf uns. Ja, gut. Er spielt ein art komisches Spiel, das muss man schon sagen. Ähm, ich kann da damit jetzt gerade irgendwie noch nichts irgendwie deuten, was er da damit bezwecken möchte. Bei ihm geht es irgendwie rapide nach unten. Und bei uns sieht es eigentlich immer noch recht gut aus. Den Yeti kriegt er nichts weg. Durch seine Viererklinge. Spielt ihr gern mit Feuer? Okay, jetzt könnte er aufräumen, wenn er noch einen Zauber spielt. Ja. Na, okay, dann kann er aufräumen. Das ist natürlich die Stichung. So. Und kriegt den Yeti weg, kriegt allerdings zwei Schaden. Und spielt sich noch einen extra. Das ist schön. Ähm, wir müssen natürlich wieder aufräumen. Einmal hier. Dann haben wir ihn jetzt. Haben noch eine Vier übrig. Und ich würde sagen, wir spielen erst mal einen Akolyton. Man weiß ja nie, was kommt. Ich habe ja auch hier immer noch einen Aufräumer zur Not. Was macht er jetzt? Wir haben immer noch eine schöne Kartenoberhand. Er spielt einen azurblauen Drachen. Das ist schön. Ähm. Na gut, das hat er wahrscheinlich eh nur zum Kartenziehen gemacht. Deswegen würde ich sagen, frieren wir den ganzen ein. Nächste Runde können wir ihn ja eh weghauen. Wir haben hier immer noch einen Fünfer rumliegen. Und spielen einen Acent Yeti. Ja, ich hätte auch einen... Ich hätte auch den zweiten Akolyton spielen können. Dann hätten wir das Ganze zum Karten... Äh, wie heißt... Dann hätten wir ihn noch direkt fertig machen können. Ob na ja. Wir sind ja schon Runde 8. Schauen wir, er macht vier Schaden. Mein Yeti ist allerdings immer noch da. Und er bekommt die Lagee. Die nächste hohe Karte, die wir spielen dürfen. Einmal ihn weg. Einmal den Ogre. Paladine sind einfach lästig durch ihr ewiges Geheile, Geheile, Geheile. Aber jetzt sind wir langsam dann in einem Bereich, wo wir einfach recht viel große Karten spielen können. Okay, einen Manipulator spielt er. Und jetzt bräuchte ich eigentlich mein... Oh, da kommt's. So, einmal Schäfchen. Einmal weg von den Ganzen. Und wir spielen noch irgendeinen schönen Dreier. Ja, der kann... Ach, nee, besser. Weg mit ihm. Und wir sind schon in die nächste Runde. Er hat fünf Karten. Ich hab fünf Karten. Ich bräuchte ein bisschen was zum Ziehen. Er ist eine Karte davor. Das heißt... Na. Jetzt kommt die ganze Babykacke. Ich würde mir eigentlich sowas wie... Na, du musst immer treffeln. Beim Paladin darfst du einfach nichts stehen lassen. Was glaubst du so? Dass die Schmerzen strechen. Dass ich beschütze dich. So. Schauen wir mal. Wir breiten mal ein bisschen unsere Ausliegeware aus. Damit... Er sollte jetzt eigentlich... Ja, er könnte noch eine zweite Welle haben. Bringt ihm natürlich gegen die hier nichts. Okay. Na, genau. Den hätte ich jetzt eigentlich. Aber der kann natürlich auch trotzdem immer noch schön... Schön hier aussteigen. Aber ich nutze den natürlich lieber zum Kartenziehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, sehr schön. Aber spiele ich ihr später. Wenn ich ihn hier irgendwie heilen könnte, wäre das natürlich klasse. Ich bräuchte irgendeinen Dreher-Schaden. Ich meine, wir könnten den Zixxer... Ich überlege echt, ob ich... Also, ihn werde ich auf jeden Fall ausspielen. Klar. Na, komm. Machen wir die Runde ein bisschen aufräumen hier. Danke. Ich zerschmierde. Ich zerschmierde. Ich zerschmierde. Ich zerschmierde. Ich zerschmierde. So, schauen wir mal, was jetzt kommt. Er hat noch 15 Schaden. Wir haben sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf Schaden da liegen. Okay. Wir brauchen einen, wir brauchen einen, oh, der ist natürlich eklig. Ähm, wir müssen erst mal sein Schild runternehmen. Ich kämpfe. Das ist klarer. Sein Schild ist weg. Er kommt weg. Wir legen eine Zusatzkarte an. Okay, das ist schön. Ähm, ich würde sagen, wir spielen auch noch hier ein bisschen aus. So, er kommt nicht direkt an unserem Asche... Äh, er kommt mit seinem Aschebringer natürlich nicht ganz an uns vorbei. Er kann hier zwar fünf Schaden machen. Allerdings haben wir jetzt drei, vier, fünf. Ach, okay, jetzt kommen die Riesen. Ich habe noch nicht gezählt. Drei, vier, fünf, acht, zehn, elf. Melde mich zum Dienst. Okay. Wir haben ihn hier noch liegen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also den einzelnen, den nehmen wir auf jeden Fall mal weg. Dann hat er zwei große dran liegen. Die ihm allerdings nicht springen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir ignorieren alles, was geht. So, wir gehen direkt ins Gesicht. Zwei, vier, sechs, sieben. Ich habe meine Hand leider voll. Und wir hoffen noch auf einen Feuerball. Mit einem Feuerball haben wir jetzt gewonnen. Allerdings, er müsste auch das gesamte Board clearen. Und das wird er nicht machen können. Er spielt ein absolutes Riesendeck. Und kann uns jetzt halt acht Schaden ins Gesicht geben. Das langt ihm allerdings nicht. Er müsste die beiden hier wegkriegen. Und wir sind echt noch auf 23. Außer er kann ihn jetzt irgendwie... Lasst mich nachdenken. Ja. Okay, er nimmt unseren Dreier weg. Hat er noch eine Weile? Er hat keine Sieg gehört. Und er gibt auf. So, sehr schön. Wir sind wieder ein Stück näher weiter in der Legendary. Ich bedanke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch was gebracht hat, gebt ein Like. Wenn ihr noch Verbesserungsverstecke für das Deck habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Runde dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.